Ja, so schaut der Weg aus, auf die Tressensteinwarte. Ich bin neugierig, ob ich das überhaupt schaffe. Ja, es ist teuflisch anstrengend, aber durch das fehlende Laub gibt es ein tolles Panorama. Ich bin neugierig, wie es oben ausschaut. Wenn ich es schaffe, werden wir sehen. Die Stapferei, die nimmt nicht so wirklich ein Ende. Aber ich gewinne immer ein bisschen an Höhe. Dahinten, da geht es noch rauf. Ja, kaum zu glauben, aber ich habe es geschafft. Hinter mir ist die Aussichtswahl, vom Tressenstein. Ich zitterte zwar am ganzen Körper, aber ich habe es geschafft. Und jetzt freue ich mich auf die Aussicht da oben. Werden wir schauen. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin oben. Hinter mir der Loser und der Altersseersee. Ja, und jetzt genieße ich die Aussicht und ich werde euch ein bisschen teilhaben lassen an meiner Aussicht. Ich habe es geschafft. Musik Musik Musik